Wir sind Zita und Fluffy von EuroDogging. Zwei glückliche Labrador. Wir freuen uns ihnen unseren Spaß zu zeigen. Auf jetzt geht's los. Prima. Fluffy. Prima. Meine Hunde sind auf das Suchen und Finden von Geld spezialisiert. Schnuff, schnuff. Sie finden jeden Geldschein, der in einem Koffer voller Papierschnipsel versteckt ist. Sie finden diesen Schein im Schwein, selbst wenn sich dieser unter vielen Geldlosen Schwein tummelt. Schütteln. Schnuff, schnuff. Prima. Gut gemacht. Da ist er wieder. Die Münzen wandern durch diesen kleinen Schlitz. Oder durch diesen. Sie wandern durch diesen kleinen Schlitz. So was haben sie noch nie gesehen. Prima. Nur eins. Prima. Spass muss sein beim Basketball. Prima. Gut gemacht. Gut gemacht. So kann er nichts sehen. Raus da. Besonders gerne leben wir unsere kriminelle Energie aus, indem wir das Geld aus verschlossenen Wertbriefen unserem Konto zustellen. Prima. Selbst verschlossene Geldbriefe werden locker gefunden. Beide Labradore halten sich wohl für Katzen. Sie balancieren ausgesprochen gerne. Gut gemacht. Radio. So, jetzt ist Ausruhen angesagt. Wir sind ein tolles Team. Wenn Sie uns kennenlernen wollen, gerne, wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020